Hossa Internet, nach dem Sieg über Facebook bzw. Oculus sucht sich der Bethesda-Mutterkonzern Senimax jetzt ein neues Ziel vor Gericht und zwar den Smartphone-Hersteller Samsung. Der Grund für die Klage ist der gleiche wie schon zur Klage gegen Oculus bzw. Facebook. Es geht mal wieder um ein VR-Headset, diesmal um Samsungs Gear VR-Headset, denn in dem steckt ja auch Oculus-Technologie und Senimax behauptet, diese Technologie habe Oculus von Senimax geklaut. Kern dieser ganzen Klage ist seit jeher, dass der zuvor beim Senimax-Tochterkonzern id Software-Angestellte John Carmack da Technologien und Betriebsgeheimnisse mitgehen hat lassen, um die an Oculus weiterzugeben. Kurz darauf ist er dann auch zu Oculus gewechselt. Das Gericht hat damals entschieden, dass Oculus keine Technologien geklaut hat, wohl aber einige Oculus-Angestellte gegen Verschwiegenheitsvereinbarungen verstoßen haben, darunter auch der inzwischen nicht mehr im Unternehmen angestellte Firmengründer Palmer Lucky. Fallen Ghosts heißt die zweite große Erweiterung nach Narco Road für Ghost Recon Wildlands und die setzt die Geschichte des Hauptspiels vor. Da musste man dagegen das Santa Blanca-Kartell kämpfen. Das ist im DLC bereits besiegt, hat dem Land aber auch nicht geholfen, denn jetzt stürzt es in einen Bürgerkrieg und es wird eine neue Spezialeinheit namens Los Extraneros gegründet und deren Aufgabe ist es, alle amerikanischen Agenten, darunter also auch die Ghosts, auszuschalten. Die Ghosts und die Los Extraneros treffen dann in einem speziellen Dschungelabschnitt aufeinander. Hier gibt es dann vier neue Bosse zu besiegen. Außerdem gibt es insgesamt 15 Missionen zu erfüllen und man bekommt einen voll ausgerüsteten Stufe 30 Charakter, der DLC erhöht den Level-Cap auf Stufe 35 und man kann neun neue Spezialfähigkeiten freischalten. Der DLC erscheint für Season Pass Besitzer am 30. Mai, separat erscheint das Ganze auch am 6. Juni. Travellers Tales und Warner Bros. machen weiter mit ihren Lego Superhelden-Spielen und haben Lego Marvel Superheroes 2 angekündigt. Das bringt ne Menge Marvel-Charaktere zusammen, unter anderem die Guardians of the Galaxy, Black Panther, Doctor Strange, aber auch Comic-Charaktere wie Spider-Man 2099. Diesmal werden alle unterschiedlichen Universen zusammengehalten von einer Hub-Welt, der sogenannten Chronopolis. Das Spiel erscheint für PC, PS4 und Xbox One im November 2017. Eine Nintendo Switch-Version ist ebenfalls geplant, die kommt dann aber erst zu Weihnachten. Weitere Details zum Spiel möchte Marvel dann in einem Trailer, der in den nächsten Tagen erscheinen wird, ankündigen. Das war's für heute mit den News, die nächste Folge gibt's dann morgen. Bis dahin, weiter spielen! Bis zum nächsten Mal.